ja willkommen mein name ist daniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom hearts 2.8 final chapter prolog mehr oder weniger wir haben in der letzten folge zuletzt folge letztes projekt haben wir den film kingdom hearts back cover angeschaut und davor haben wir kingdom hearts dream drop distance hd durchgespielt was uns nur noch ein spiel hier übrig lässt und zwar kingdom hearts 0.2 beruf bei sleep fragmentary passage versucht hat man dreimal schnell internet zu sagen und ja das wäre dann das letzte spiel das letzte kind im hart spiel auf diesen kanal bevor kingdom hearts 3 rauskommt und ja das waren ganz schön bilder wir haben durchgehend von kingdom hearts 1 bis zu diesen zeitpunkt hier durchgehend mit kingdom hearts projekte hochladen und ja waren wilder red hat lange gedauert bestimmt so ein zwei jahre nämlich zwei jahre ein jahr glaube ich und ja außerdem ist das hier das erste kind im hart spiel was ich live blind zocke also live und ich weiß nicht warum es in diesem spiel geht außer dass wir aqua spielen und das ist im reich der dunkleid hier noch also reicht der dunkleis aqua noch anscheinend und ich glaube das spiel beginnt da wo wir mit dem geheimen ending von king matz birth by sleep aufgehört haben also sie hat da sieht man schon im hintergrund das schloss gesehen und dann kann man und dann ja war das spiel zu ende nachdem wir diesen einen komischen herzlosen boss besiegt haben und ja das wiederum spielt ja noch vor aquas treffen mit einzelnen dem weisen also ist sozusagen so überlauf von king matz birth by sleep zu kingdom 1 was wir gerade spielen und oder king matz 2 eigentlich gesagt sonst wäre an seiner weise nicht da und ja mir dann ist der prolog für king matz 3 und ich bin gespannt worum es hier geht mag weiß sowieso die beste also freue ich mich sowieso wieder zu sehen und da sonst weiß ich eigentlich nichts was sie da machen muss oder was sie findet oder was auch immer in diesem schloss oder was das schloss überhaupt bedeutet aber wenn wir jetzt herausfinden ich würde sagen wir fangen dann jetzt mal gründlich an wahrscheinlich muss ich das video stumm schalten weil ich weiß dass die spiel hat ein intro und ja und da wir das hinterkunden ist es glaube ich simpel und clean deswegen muss ich hier stumm schalten also nicht wundern wenn ja auf einmal alles stumm wird ja disney und es war ja nichts mehr somit das neueste spiel was ich hier gerade spiele dream of distance habe ich ja schon vorher gespielt und war nicht bleiben aber das ist ja das erste kind man spielt seine ewigkeit hatte ich ja blind spieler ich freue mich so richtig drauf dein spiel vortritt wird automatisch gespeichert ja ich werde empfohlen hätte ich kann so lange anzupassen bis das rechte herz schwach zu erkennen und das linke jetzt nicht mehr sichtbar ist okay für mich ist jetzt nicht mehr sichtbar okay ich freue mich kommen kann man ja das war schön konnte ich meine grafik an die gleiche grafik vom film immer geguckt haben ich weiß nicht wie lange das spiel ist ich glaube es ist so lang wie eine king dem harz welt und ich hoffe die meiner mit kingdom arts 1 welten weil king mark zwei welten die waren eine halbe stunde lang und hier durch stumm schalten das spiel ist ja auch schon so ein ganz klein bisschen neu das intro habe ich übrigens schon mal gesehen auf youtube aber trotzdem wenn ich mal wie ein neues kingdom arts spiel ich freue mich so sehr ich freue mich so sehr auf kingdom arts 3 meine güte ich bin gespannt worum es hier geht agweißen spiel schon mal sehr gut meiner meinung auch der beste hauptcharakter in kingdom arts besser als so oder roxas ventus und terra aber direkt da ich nehme an das ist jetzt tut so ein bisschen forscherring was passiert in den anderen teilen ja schon irgendwie bad ass oder ich meine sie hat es mit beiden von denen aufgenommen hier gegen beide hauptböse wie ich den beruf bei sleep kämpft und ging ja bei den besten freunde weil die hat schon ganz schön mist mitgemachten ja und da ist micky natürlich und dann ist sie irgendwie für zehn jahre auch noch im rechter dunkleit gefangen also wir die machen nichts vernünftiges mit ihren king markt sei schon irgendwie weil er nicht sehr viel wichtiger als zora da war sehr nord das hat auch immer so eine sache so ging es her nord so hat nicht wirklich irgendwie ein grund ja und jetzt die berühmte szene glaube ich alle durchgedreht sind als sie hat gesehen haben ja nur hand die hand von jesus so ging mal als drüben und zwei beruf bei steve fragmente passage war ich die stadt in den titel reinpacken werde ich mache meinen zorn wieder an ok einstellung erstmal kamera ja da kann man zum glück hier schon einstellen ausgezeichnet lasst mich rein die stadt mich wieder mit vollkommen verdrehten kamera oder wir gehen richten nach oben um nach oben zu sehen und links um nach links zu sehen was man mal ist das richtig links und nach rechts ich kann irgendwie nicht beurteilen wenn ich gerade nicht erfahrungs alt an oder aus ich kann nicht wenn man nicht nach links drücke dann guck ich ja da kommt nach links ok ja ich werde wahrscheinlich im game erst mal wieder einstellen unter die umgebungskarte kann man geschwindigkeit ja also eigentlich perfekt laden ich habe doch nichts ich kann 99 spielstellen machen gut so lange ist das spieler nicht oder okay wir haben wunderschönen titel ich bin gespannt wie es hier losgehen wir machen natürlich auch profi voller mächtige gegner nicht schwer nicht zu leicht voranfangen profi wir haben jedes king im art spiel mit jedem wer übrigens noch nicht mein anderes let's player gesehen hat ich habe jeden king im harz teil der spielbar ist auf diesem kanal bis auf hier 358 durch zwei tage also für ein ds also ich habe alle ich habe alle spiele gespielt die jetzt für die ganzen remix herausgekommen sind auf diesem kanal als auf profi alle optionalen bosse erledigt mit jedem charakter werfe es lieb und ja wer da vorbeischauen will der kann da vorbeischauen aber jeder profi anders gibt es bei mir nicht bei uns bei kindemann zeit auch nicht geben also kommen steuerung sehr wechseln anvisieren kurz vor viel anzeigen benutzen schön situation kommandos blocken alles richtig ok haben wir positionen kammer weiter auf war nur eins von eins ok gut ich habe jetzt weg gedrückt er ist übrigens auch dieselbe engine den king maz 3 rauskommen wird so wie ich das weiß ne ja sehr schön da sind wir auf den schlüssel schwert friedhofen und hallo die ich kenne ich aus dem film der tut jetzt mit dem auge des meisters hier als beobachten so wie ich da verstanden habe ne lucio heißt er glaube ich wir machen direkt da weiter wo king mazrin noch das aufgehört hat das wie das ist ein bisschen schwer denn hat irgendwie sehr antworten der first battle mit Xehanort, Ventus' heart refused to awaken. And so Aqua found a safe location to conceal him. But when she set off in search of her other missing friend Terra, she fell to a place from which there is no return without outside help. I saw her in the realm of darkness wann ich glaube nicht nochmals intro oder Problem ist, wenn ich jetzt wegdrücke, wo lande ich dann? Ich muss nicht aus Versehen irgendwann wegdrücken. Das ist jetzt das Problem. Das werde ich jetzt wahrscheinlich anlassen. Jetzt spiele ich noch mal ein Tor. Bitte. Bitte. Das ist ein Problem, wenn man zum ersten Mal spielt. Fingers breit. Das sieht schon fast so aus. Schon wieder das intro. Ja, weil wir das zweite Mal sind genauso witzig. Okay, aber dann kann ich wenigstens ein paar Sachen ansprechen. Ja, ich glaube, in dem Part wird nicht mehr viel passieren. Also, ja, wer hier viel erwartet hat, ich glaube sowieso nicht, dass irgendjemand viel erwartet hat, aber gut. Da habe ich, glaube ich, am Ende des Intros irgendwie aufgehört. Sora wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich derjenige sein, der ja Seanod besiegt. Ich lege jetzt mal meinen Controller hier so lange weg. Der wiegt ja auch eine Tonne ja nach fünf Minuten. Und ja, die Sache ist die, irgendwie Sora fehlt irgendwie einen Grund hier, Seanod, weiß ich nicht, zu erledigen. Während die drei irgendwie allen Grund dazu haben, den zu erledigen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es so befriedigend wird, wenn Sora irgendwie Seanod erledigt. Aber dann gibt es ja jetzt nur noch den Dings hier. Ich habe jetzt dutzende Theorien jetzt hier noch angeguckt, hier, nachdem ich diesen Film geguckt habe. Und ja, der Meister, aller Meister von Kingdom Hearts Chi bei Cover könnt ihr jetzt Augenpotenzieller Hauptbösewicht werden. Die ganzen anderen fünf Charaktere noch, die Schüler oder sechs Schüler. Und ja, jetzt sind schon wieder dutzende Theorien offen. Und ich frage mich, wie die Geschichte irgendwann enden wird. Es fehlt irgendwie nur so die Geschichte des Schlüsselschwertkriegs irgendwie, finde ich. also den Schlüsselschwertkrieg. Fehlt irgendwie, dass wir sehen, was da genau passiert ist. Ich habe gerade gemerkt, auf allen Sitzen war Seanod drauf. Also der alte Mann Seanod. Und das ist ja auch so eine Theorie. Wer sind die neuen Mitglieder der Organisation? 13. Wir haben bisher nur sechs Mitglieder. Also Eiser, Brake, Seanod, alter Mann, Seanod, Terranort, MMM. Ansem Semners. Da war es. Und ich hoffe, Vanitas irgendwie auch als Außen gesagt. Viele glauben, der Meister aller Meister ist irgendwie Vanitas, weil die sind, denen seine Schüler sind alle irgendwie nach sieben Tod sind nur so benannt. und der Meister, der Meister, der eine, die einzige Sünde, die fehlt, wäre das lateinische Wort Vanitas. Und deswegen glauben einige, weil ich nicht Vanitas ist jetzt irgendwie der Hauptbösewicht und so, keine Ahnung. Wenn wir alles sehen, müssen halt nur noch zehn Jahre warten. So, 15 Minuten, kann ich jetzt etwas Gameplay noch in diesen Part reinpacken oder bleiben wir hier nur bei Cutscenes? So, da haben wir unsere Protagonistin. So, da haben wir exakt aufgehört bei Wurfersleben. Dann kam den, 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 den. Wir gingen an Weltendro. Das war ich ja dunkel, ne? Dark World. Schattenwelt. Was mache ich noch mal? Das Mann. Es ist die gleiche Musik. Jawohl. Weil er bringt die Grundlagen der Steuerung bei, ja, warum nicht? Aquats laufen. Sie gehen es, das ist ein Schlechtes 1C. Bewegen kann man mit Erdrucker 3, um auf die Position hinter Aquats zurückzusetzen. Begeht dich ins Hauptmanie, in den du Optionen drückst und wieder Einstellungen, Änderungen, bla bla bla. Man kann die hoch, sie hat schon Sportfreund. Ja, natürlich die Barriere. Was? Okay. Keine Magie. Aquat keine Magie. Was ist das? Buff. Buff. Achso, das wiederholt sich hier nur. Ich dachte, ich habe eine Karte, aber anscheinend nicht. Ich will da ganz offensichtlich dahin zum Schloss, deswegen gehe ich erstmal vollkommen woanders lang. Ich habe immer neue Rolle ausgezeichnet. Ich habe, als ich zum ersten Mal irgendwie Bilder von dieser neuen Grafik-Engine gesehen habe, habe ich erst, weiß ich nicht, es hat mir irgendwie so nicht gefallen. Keine Ahnung. Sieht so ein bisschen aus, als würde sie so leuchten, dauerhaft oder so, ihre Haare besonders und, oh, Idle Animations. Ich weiß nicht, aber nachdem ich den Film irgendwie von King of Mache Backcover geguckt habe, habe ich mich schon da so ein bisschen mit angefreundet. Also, ja. Ich glaube, mir gefällt King of Mache zwei Grafik und eins und alles soweit. Ein bisschen besser, aber man kann sich daran gewöhnen. Okay, wir haben die gleiche Musik, das finde ich sehr gut. Die hat mir sehr gefallen. Ja, wie nennt man eigentlich hier diese letzten Stunden, ja, von King of Mache 12 bei es liebt. Ja, sprengen. Manche Wände sind zu hoch, um direkt über sie zu springen. Du kannst dich aber auch an Kanten festhalten. Das weiß ich doch, alle sicherlich ist King of Mache Spiel gespielt. Tue ich wirklich. Sie tut irgendwie, wenn ich gedrückt halte, dann landet sie ein bisschen langsamer. Ich habe jetzt aber nicht geführt, würde ich überspringen. Hör! Dann hat sie das Schlüsselschwert weggesteckt. Ja. Sie hatten gemacht. Steckt nach einer Zeit weg. Wenn man sich das Charaktermodell anguckt, sieht sie doch sehr, da sie hat weggepackt, sieht sie doch sehr gut aus. So grafikmäßig, jetzt ich meine, Aqua sieht im Körperbau auch sehr gut aus, aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Cinderella's World, hier in the darkness. Hi. Welche Kampfmusik? Yes. Aber ich liebe es, wenn alte Musik recycelt wird. Da kommt der als den Schatten durch die Welt. Blockkontakt entgegen haben. Ich habe noch gar nicht Optionen gedrückt. Stimmt. Da kommt der auf. 198 auf. Was? Ich bin nicht level 1 oder so. Sehr schön. Wir sind hin und her zu schalten. Auch mehr Gegner, es kommt. noch mal kontern. Und der ich kenne auch ein anderes Muster. Das hat so geht. Erster Schaden, nein. Au. Wie kann ihr Schwagen? Profi. Genau, ich muss aufpassen, habe ich so ein Gefühl. Ah. Lass mich mal. Ah. Ich gucke voll auf die Phrase hier. Aber jetzt irgendwie die Fähigkeit kommen. Also ich muss meine Gegner nicht treppen, damit der Kombo weitergemacht wird. Es gibt keine Zeit in dem Raum der Dunkelheit. Okay, ich weiß, wie die bad-ass ist. Ich bin all und all und all ohne Ende. Im Raum der Dunkelheit werden Tage oder Jahre mit jedem Schritt da. I know something has started to go wrong. I must hurry. Oh Gott. Options. Stufe 50. sich nicht weil er mit 99 block unter ja das muss ich noch daran arbeiten war hallo was bisher geschah hier kann man sich die gesamte schichte die gesamte schichte schicht habe ich jetzt sind gebraucht habe ich jetzt schichte gesagt ich habe die gesamte schichte gesagt so ja wer hier durch lesen will er kann machen kann ich ein bisschen schneller in die drei club 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 ja sie hat gegen vanitas ventos gekämpft oder wenn die tasse oder wie auch immer er ist auch schlafen gegangen und dann war sie im richtigen kleid prolog auftakt professionelle ich brauche ein paar kugeln oder ein speicherpunkt ist aber gegeben weil ich bin schon halb tot habe ich eigentlich kann mir meine sachen kann ich angucken ja wir haben immer noch mehr magie aber aus irgendeinem grund kennen wir keine magie mehr bei dunklen absoluten wie sowas naja verdammt einsehig was schönes ich weiß einfach meine ich gesagt hast du letzten endest gar keine herkunde ergehung bis in den letzten winkel ich sehe da was gibt es dann ist was naja da ging ein freier fluss da bitte seine porsche irgendwie soll mein schatz gesagt haben so andere bestimmt bedingungen für seine situations kommande werden aber schon sagt erscheinen diese kommandos in unterschiedlichsten situationen bereitet um ihre aktion auszuführen ich möchte jetzt nicht meine portion oder so verballern ich glaube nicht nachdem ich so schnell frecken lassen aber ich bin ja profi muss mir aufpassen darf mich nicht überwältigen lassen von allem mir muss auch schon ein bisschen aufpassen hier was ich mache hat mein hart star in a long time something about this place hi gott sind ganz schön viele ich meine 50 also aus dem weg aber so ein paar schatten durch ihre grauen jetzt aber irgendwie trifft er mich nicht ich nehme an commandos 4 2 anders sehr gut sind jetzt nicht mehr so ein ding hier in dem spiel wenn wir dafür irgendwie ging es auch immer mal eins oder zwei mechaniken kämpfen können habe ich nichts dagegen okay gibt es ein palast der treue ja eins nach dem anderen habe ich jetzt irgendwas einstellungen kann ich auch nein ich kann nicht in luft hier diesen dings machen ja also wollen nicht wollen luft rollen ja weder impfen die grundlage steuerung vertraut zu machen wo wenn du aufsteht kenne ich schon weiter wandeln wandern durch die irgendwas im kleid egal speichert und hier wird so ein speichert oder super geben ich meine so lange wird das spiel schon sein ein bisschen komisch von der grafik zu der grafik hinzuschalten aber okay mal alle von aquas erlebnisse noch mal sehen peter fahren denn für kinder seit mir hat ein kollege gesagt kriege ich das nie mehr aus dem kopf ich bin hier jeder in dieser Welt glaubte sie sicher sind sie sicher nicht nur die Leute aber die 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 für seine Bewerber. Der Katz hat sich in ihrer Nack. So viel Leben. Trenn und Blöden. Es gibt keine tiefen Schmerzen als herauszufinden, dass alles, was du wissen, ist weg. Die Schmerz in diesem Ort ist zu viel zu fathom. Das ist genug. Du darfst nicht aufgeben. Okay. Ganz aufgeregene, die nur bestimmte Bedingungen erfüllt. Aber wirst du mit Kleidungsstücken und Accessoires für Aquas Garderobe lohnt. Was? Die Bedingungen und Belohnungen für die unterschiedlichen Aufen kannst du unter Aufgaben Hauptmenü ansehen. Nein, geil. Im Hauptmenü und Garderobe kannst du Aquas die Items anlegen lassen, die für das Erledigen von Aufgaben erhalten hast. Kleine Aquas, wie deinem eigenen, ganz persönlichen Stil entspricht. Geil. Du musst auf Aquas Ausfits ändern. Aber das ist sehr gut. Boah, ich hoffe, der Tournee in King Max 3 auch einpacken. Da muss Aquas auch spielbar sein. Figaro, Prüfung der Stärke, König, Herr Schulterschutz, Zeichen, Aquas Stufe 60. Wenn wir sie per Konterknall. Alter! Ich glaube, darum werde ich mich nur so kümmern. Ich werde mich auf jeden Fall versuchen, alles zu kümmern. Im Spiel. Und kein Ding. in der Zeit zu zeigen. Was hat man denn? Ne? Ja, ja, ja. Das ist das. Ich hab ich auch. Was hat man denn Peku. Was hat man denn Peku, ne? Was hat man denn Peku? Ne? Ja, natürlich erstmal alles klein. Ich hab ich noch nie eine Karte. Ne? Was hat das schon? Was hat das? Ich hab ich noch ganz save! im dunklen ist als würde eine ganze welt irgendwie einen schwarzen loch und sein und der theorie dass irgendwie die erde in ein riesiges schwarzes loch ist möglichkeit wo ich hier verliehen theorie nier ein schweiß nicht nix mit diesem spiel zu tun haben aber okay aber letzte zeit irgendwie so ein paar astrologie mäßige videos angeguckt deswegen habe ich den salz im kopf ich weiß jetzt was der größte planet im universum ist er kann es majoris nur der wird jetzt schon wieder getoppt von irgendeinem planeten aber was soll es sehen seinen namen kann ich mir merken deswegen sage ich jetzt einfach der andere ist größer wird jetzt irgendwie 1000 jahre dauert um neben zwei kreisen und kreisen irgendwie sowas war genug davon ich will den speichern punkt haben irgendwie so was will nämlich einen schnitt machen aber natürlich keine ahnung wie lange das projekt sein wird die ich spreche automatisch auf die sachen drauf irgendwas von dieser ist war drin ich weiß es ist eigentlich alles kaputt welt schon ein bisschen mehr zerstörung kann jetzt schon nicht schaden vielleicht kriege ich irgendwie aufgabe erledigt oder wenn ich weiß kaputt hauen wir haben zwölf uhr mit danach und jetzt aber eine oder zwei oder drei uhr warum gehen eigentlich alle brücken kaputt weil ich laufen will ja wir haben 10 vor die 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 einfach drauf haben und rechnen habe ich nicht recht gott die mögen echt hier so mit zeithaum zu spielen neuesten kinder mars spielen oder der rest vielleicht ein neues element das in klimats 3 irgendwann auftauchen wird weder magien kommando gefolgt von dem zauber den wirken möchte ist hat würde man sagen dass deine mp leiste schrumpfen und mp kannst du keine zauber sprüche werden macht sind wir auflagen die seaktion für deine mp leist über einen gewissen zeitraum wieder auf wenn du keine mp mehr es wird ein mp aufladung hier während dessen können keine zauber sprüche gewirkt werden soweit blablabla ging mal zwei marie und items kann aus dem kommando heraus genutzt werden sie können außerdem als kurzbefehle registriert werden schnell zugriff auf sie zu haben das passt eigentlich das ist eigentlich genau richtig nur normalerweise habe ich feuer eisg auf kreis aber das lieb tut mir leid endlich ich habe kein angriff den ich einsetzen kann wenn ich konnte da warte mal ich kann es kann ich jetzt halten möchte ich gerade da war ja irgendwo eine urne okay man hat hier noch was hier wir haben schon 34 minuten oh mein gott hat viel zu lange wo ich in der land werde ohrwerke da hinten sehe ich doch was das sieht aus wie ein speicherpunkt das war magie dass ich berühre ist erscheint das situation kann man nur speichern und geht auf jeden dreieck um das speichern die zu öffnen damit ist das sie ein bisschen aus wie daybreak town hier ist es wahrscheinlich nicht so jetzt gleich speichern ups aller dreieck dann speichern wir hier bei uns und wird dann sagen das war es dann für diesen part und in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder wie wir weiter ohrwerke sammeln nehme ich an und ja ich hoffe euch hat gefallen und bitte zeigt zeigt mir das doch in dem ihr ein like ein abo oder ein kommentar hinterlassen um den kanal weiter zu helfen oder einfach nur weil meine videos mögt oder vielleicht noch nicht oder keine ahnung dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten fall wieder